Deutschland ist Vorreiter, wenn es um das Thema Lufttaxis geht. In Bruchsal und München sitzen die beiden führenden Startups Volocopter und Lilium, die die Technik vorantreiben. Aber auch große Konzerne wie Airbus arbeiten mittlerweile an eigenen Konzepten für den urbanen Luftverkehr. Also der Volocopter ist ein komplett elektrisch betriebenes Fluggerät, das senkrecht starten und kann und der Zweck des Volocopters ist als System mit ganz vielen Gefluggeräten in Megacities dieser Welt komplette Nahverkehrslösungen anzubieten. Lilium ist der Produzent des ersten elektrischen senkrecht Flugzeugs der Welt und mit diesem Flugzeug kommt eine echte Vision. Wir wollen es shared und wir wollen es connected betreiben und können dadurch Preise erzielen, die es für jedermann zu einem attraktiven Teil des ÖPNV-Sets machen. In Zukunft soll es möglich sein, für einen Lufttaxiflug vom Bahnhof bis zum Flughafen so viel zu bezahlen wie für eine normale Taxifahrt. Wie diese Prognose zustande kommt, hat uns Dr. Tassilo Wanner von Lilium erklärt. Das ist auf den ersten Blick komplett anti-intuitiv, dass so ein tolles Produkt schnell, zuverlässig, toll in der Kundenerfahrung günstiger sein soll als ein Taxi. Wenn man die Kalkulation ein bisschen nachvollzieht, erklärt sich sehr leicht von selbst. Ein Taxi ist eine Stunde, vielleicht sogar länger gebunden, um einen einzigen Passagier aus einer Stadt zu ihrem jeweiligen Flughafen zu bringen. Aufgrund unserer schnellen Reisezeit können wir diese Strecke mehrfach in einer Stunde zurücklegen und das auch noch mit bis zu vier Passagieren an Bord. Wenn man es also durch die Zahl der Passagiere, die davon profitiert, teilt, wird es günstiger sein als das Taxi und das ist auch schon unser Markteintrittspreis. Wir haben also hier zum ersten Mal in der Geschichte die Chance, dass eine innovative, eine künftige Massenbewegung nicht vom oberen Ende der sozialen Skala vorangebracht wird, sondern durch Nutzer aus allen gesellschaftlichen Schächten, die Lust auf das Ibitol haben. Doch wann werden die ersten Flugtaxis in deutschen Städten abheben? Für Thomas Jarson Beck, dem Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, müssen hier noch einige Fragen geklärt werden. Also regulatorisch ist natürlich die erste Herausforderung, dass mal die Geräte fertig entwickelt werden und dann auch nach den jetzt heute schon gültigen Zulassungsvorschriften auch zugelassen werden. Die zweite Frage ist dann aber auch, wo ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für einen Betrieb? Und ich glaube, das muss man ausloten. Im Anfang, wo man bestimmte Anwendungen hat, die Rede ist von einer Flugtaxi-Verbindung zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Münchner Flughafen. So etwas wäre in Berlin ja auch denkbar oder zwischen Düsseldorf und Köln, den Hauptbahnhöfen jedenfalls. Ich glaube, das sind Projekte, mit denen man auch eine Akzeptanz kriegt und da müssen wir dann auch für werben, dass man hier mit einer Offenheit herangeht und nicht am Anfang so eine Verbotsdiskussion führt, sondern erst mal Dinge auch wirklich macht und dann mal schaut, wie man regulatorisches Umfeld zusammenbekommt. Sowohl Lilium, Volocopter als auch Airbus sehen den Einsatz von Flugtaxis in den frühen Zwanzigern als realistisch an. Für Alexander Zosel von Volocopter ist es entscheidend, bis dahin die Bevölkerung von ihrem Produkt zu überzeugen. All die Sache ist die, warum fliegen diese Fluggeräte autonom? Ganz einfach, das Fliegen ist viel, viel sicherer autonom. Das heißt, diese ganzen Assistenzsysteme, Sensoren können in Millisekunden Informationen verarbeiten und setzen, dass ein Pilot nicht kann. Zudem machen Menschen Fehler und fast alle Unfälle, die in der Luftfahrt passieren, also wirklich eine sehr, sehr hohe Prozentsahl der Unfälle, sind menschliches Versagen. Und dieses menschliche Versagen kann man natürlich eliminieren mit sicheren Systemen. Und deswegen, wir haben so einen Erfolg mit unserer Idee, weil die Behörden sehr, sehr gerne mit uns zusammenarbeiten, weil unser System an sich vom Prinzipiellen her schon viel, viel sicherer ist, als wenn man mit einem Piloten fliegt. Und das ist so auch die, sagen mal, die Glaubwürdigkeit und das Trust-Level ist bei uns sehr hoch. Und witzigerweise, unsere Kunden sind im Moment alles Behörden, also Luftfahrtbehörden, die mit uns zusammenarbeiten wollen, diese Systeme zu etablieren. Und der User später, der das nur noch bucht per App und dann halt einsteigend mitfliegt, das sind so unsere Kunden der Zukunft. Aber im Moment sind es sogar Luftfahrtbehörden, die das enablen wollen, unsere Kunden. ruhige Musik 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 .